Sein letztes Werk gehört zu seinen stärksten. Die symphonischen Tänze sind das künstlerische Vermächtnis von Sergej Rachmaninov. Vertrieben aus seiner Heimat Russland, an der noch immer sein Herz hängt, vertrieben auch aus Europa, wo zur Entstehungszeit der Zweite Weltkrieg losbricht, zieht er im US-amerikanischen Exil Bilanz und kommt mit sich, seinem Leben und seinem Glauben ins Reine. Buchstäblich im letzten Augenblick hatte Rachmaninov 1939 die Schweiz verlassen, wo er seit Beginn der 30er Jahre gelebt hatte. Mit einem der letzten Ozeandampfer, die vor Beginn des Krieges noch den Atlantik überqueren, erreicht er im Spätsommer 1939 die USA. Nach einer großen Konzerttournee vertieft er sich im Herbst 1940 in alte Skizzen und stößt auf Entwürfe zu einem unvollendeten Ballett über Discüten, das sagenhafte Reitervolk. Rachmaninov fängt Feuer und beginnt die Arbeit an einem dreisätzigen Orchesterwerk. Es ist tänzerische Musik, aber kein Ballett im engeren Sinn. Im ersten Satz zitiert Rachmaninov volkstümliche, russisch gefärbte Melodien aus seiner Jugend. Der zweite Satz beschwört eine düstere Walzerszenerie. Und das Finale wendet sich den letzten Dingen zu. Rachmaninov zitiert das Dies Irae aus dem gregorianischen Requiem, aber auch religiöse Musik aus einem eigenen Werk, dem großen Morgen- und Abendlob. Die symphonischen Tänze sind eine Meditation über das Leben. Emotional und packend, visionär und dunkel. Aber auch, ganz am Schluss, voller Zuversicht im Glauben. Ein sehr persönliches Werk, das man nur aus der Lebensgeschichte des Komponisten verstehen kann, wie Maris Jansons den Musikern des Symphonieorchesters erklärt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017